Unterwegs auf der Autobahn und plötzlich staut es sich. In diesem Fall gilt immer, so schnell wie möglich eine Rettungsgasse zu bilden. Denn es geht um Leben und Tod. Die Retter müssen so schnell wie möglich zur Unfallstelle gelangen und brauchen dafür genügend Platz. Das regelt die Straßenverkehrsordnung. Es ist ganz einfach. Die Fahrer auf der linken Spur weichen an den linken Fahrbahnrand aus, alle anderen nach rechts. Auf Autobahnen mit drei oder vier Fahrspuren gilt das gleiche Prinzip. Die Fahrer ganz links fahren an den linken Rand der Autobahn, alle anderen ziehen nach rechts. Der Standstreifen darf nicht als Fahrspur genutzt werden, um schneller zur nächsten Ausfahrt zu gelangen. Aber einige Hilfsorganisationen bitten Autofahrer darum, im Stau mit der halben Fahrzeugbreite den Standstreifen zu nutzen, um mehr Platz für die Rettungsgasse zu schaffen. Eine gute Eselsbrücke, wie man eine Rettungsgasse bildet, ist die eigene rechte Hand. Zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger ist die größte Lücke zwischen den Fingern. So wie neben dem linken und den übrigen Fahrstreifen viel Platz für die Rettungsgasse sein sollte. Diese Logik funktioniert auch bei drei- und mehrspurigen Autobahnen. Wichtig ist, vor allem an Auf- und Abfahrten genügend Platz zum Fahrzeug davor zu lassen. Dabei geht es nicht nur um Autos, die hinzukommen oder abfahren. Vielleicht braucht der Rettungswagen die Zufahrt. In Baustellen ist oft kein Platz zum Ausweichen. Trotzdem ist auch dort eine Rettungsgasse möglich. Fahrer halten so viel Abstand zum nächsten Fahrzeug, dass Polizei und Krankenwagen in Schlangenlinien durch die entstehenden Lücken fahren können. Wer keine Rettungsgasse bildet und dadurch Feuerwehr, Notarzt und Polizei behindert, muss bis zu 320 Euro Bußgeld zahlen, kassiert Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. Untertitelung des ZDF für funk, 2017